hallo und herzlich willkommen ich bin heute auf die jagd nach dem ticket und heute haben wir spielen the lord of rings war of reisen nein war the lord of the ring war so rum war das ok viel spaß und da sind wir auch schon wieder und heute suchen wir uns mal wieder einen neuen charakter aus irgendwie jedes mal lindau waren doch die elfen genau wir mit dem marz lindau also ganz schnell herausgesucht haben wir nicht so lange wartet damit das kleinste und ich bin schon schwer über jeden und ok es ist 5 vor 1 ich habe keine ahnung wir schauen wir haben hier eine bronze Wir nehmen, äh, Smaragd, und, äh, einfach. Nein, ne Gravierung muss drinnen sein. Das sah ein bisschen komisch aus, aber eigentlich gar nicht. Okay. Jetzt schauen wir mal, was wir machen müssen. Gendalf, oh, wir werden angegriffen! Nein! Ja, aber Unterstützung von Gendalf, das werden wir schaffen. Oh, der Bass ist hier voll aufgetreten, immer! Okay, 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 ich weiß bescheid. Ich folge dem Finger. Ring! Ich meine, ich bin Finger! Okay. Du hast gerade bekommen... Roller der Settlement! Ring! Splendig! Ring! Gorn! Oh, bitte, bitte, bitte! Oh, das ist ja gut! Was sind Sie? Der Präger fängt! Er spricht so. Ach, 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 ach! Mach, ach, ach! Ach. Da, ach. Nehmen Sie uns auch ... Fisch nachdemann, die Sie Estabern mit! Oh, nicht. Was sind der Tod? Oh, das ist ein Kostner. Was der Oberthaus? Ich muss den Finger folgen, den Finger folgen. Kommt mein Band rekrutieren. Taschentuch. Sorry. Armee, was ist meine Armee? Ich habe keine Armee. Doch, ich habe Jäger. Wäge dem Finger, Marsch, Marsch. Wäge dem Finger, Marsch, Marsch. Wäge, we'll liquide it, and I'll spare you. You have my thanks. Allow my army and I to join forces. What do you do, kid? Captured lands provide resource every land time. You can collect all. Now that you, my friend, get my... Taktiker. Ich bin der Taktiker. Okay, muss was anderes reinschreiben. Okay, haben wir reingeschrieben. Oh, Abhol. Genau. Oh man, da war doch noch mehr. Okay. Jetzt. Jetzt. Kapitel 2. Oh, hier gibt es Gold. Ach. Den Finger folgen. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 10 Sekunden. 12 Sekunden. Geht nicht. 20 Sekunden. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Okay, okay. Haben wir alles soweit. So wie alles fertig ist. Geld. Wir haben ein bisschen Geld abgeholt. 5, 2 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 6 Sekunden. 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 20 Sekunden, wir sehen uns später, wir sind die super schnellen Bauer, 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 denn die dümmsten Bauern haben die Dichseln Kartoffeln, 20 Sekunden, 18 Sekunden, 20 Sekunden, 20 Sekunden. Oh, 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 da muss ich auch noch mal kurz warten, Ach, jetzt kann ich endlich Geld abgeben, abgeben, Abgabe, Zoll! Ihr müsst mir euer Geld geben! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ja, ja. Kommt dann schon gar nicht hinterher, so schnell wie ich sie gebaut habe. So, dann geht's hier weiter. Hier ist, glaube ich, alles fertig, oder? 25, nein, nicht ganz. Da war noch fünf Minuten. Ja, 20. Na, egal. Ach, der kommt zum Schluss. Sekunden. Bam, 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 bam. Zehn Sekunden. Äh, noch nicht, ja nicht. Ja, Ebene 3. Hauptquartier 3. Und Ebene 4 war es noch jetzt, ne? Ja. Das 11 und Quartier 4. Ebene. Levy 4. Okay, 12 Sekunden. Bam, bam, bam. Wir hauen hier die Sachen raus. Das geht so schnell. Zack. 25 Sekunden. 30 Sekunden. Und 30 Sekunden auch nochmal alles durchhauen hier. Okay. Wir nehmen erstmal das. Dann gehen wir auf die Sofakotheke. Soldaten heilen. Neun Stück behandeln. Da, 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 da. Das hat sie noch. Dann gehen wir nach, äh, äh, Armee. Da. Und, da. Wir bilden Ops. Wir haben einmal die Jäger. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die Reiter. Benötigen. Okay, geht mal mit. Okay. Und das geht also noch nicht okay so. Nicht so, so ganz wie ich gedacht habe. Ach, da, Kaschen. Ach, hier kann ich ausbilden. Doi. 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 Okay. Einmal aufbilden, äh, diese hier. Wie war das? 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 Was? Ach so, ich kann keine mehr ausbilden. Das ist ja doof. Aber da ist nur noch Platz. Na, so war das. Ja, ho. Gut. Ausbilden. Wie war das? Okay, das war komplett dann ausbilden und... ja die nie oder nicht Diese Einheit ist bereits positioniert. So, dann gehe ich jetzt noch dazu. Okay. Let's go. Verstärkung Zeit. Oh, kommen die hinterher gerade? Äh, aber ich muss warten. Okay. Okay, verstärkt. Entschuldigung. Oh, was ist das da? Ähm, ich glaube das ist ein bisschen schlecker als ich, oder? Egal, wir plündern. Da, da, da stand nicht, nicht plündern. Der ist 1600 stark, wir sind 950 stark. Äh, und hier? Äh, auch nicht. Ich schaffe noch nicht mal den Sieg gegen einen Berg. Okay, es ist halt ein Berg. Ach, hier. Jetzt marschieren wir da. 030. Ach, der Gegner ist 030. Das bin ich dann. Ach, das bin ich dann. Weißt du, warum? Ich will ja doch bis Sieg gründen, oder? Gründen? 75, 1600. Ne, aber doch. Was heißt das? Aber ich habe hier so einige Ideen, die wären einfach mal hier hin. Äh, geht das mal einsam. Wir gehen doch hier hin. Marschieren wir. Okay. Ich habe hier Nachrichten. Ach so, von Schlacht. Okay. Und die Schlacht haben schon gemacht. Ja, voll. �� override 1 Marschieren. Du bist stärker werden. וד also wer kann immer direkt unterwegs verstärken dann werde ich das mal machen wir bewegen uns dahin bewegen uns mit ihnen wie fahren das kommt man nicht in die übung vollziehen keine ahnung kann man sich anschauen doch noch einmal ach das ist jetzt neu denke ich mal posizioniert da laufen die 1500 das ist doch schon gut wer war 1600 ich weiß es nicht mehr ich glaube da muss man erst freispielen dass man da training machen kann man noch nicht was hier braucht man auch ein level so einmal kurz noch eingehen schau Ich bin baum, baum, aah, tja. Kein Level Up. Mensch! Schlimmer da. Ach, bei Darcy. So scharf gegessen. Okay. Gehen wir da hin. Wir müssen hier ein paar Leute reparieren. Die sind noch an Arbeiter. Apotheke. Sack. Eine Minute 30. In den Zeitraum gehen wir weiter bauen. 30 Sekunden. 25 Sekunden. Geht nix. Geht nix. Geht nix. Geht nix. Und die waren auch fertig. Geht nix. Okay. Geht nix. Geht nix. Aber gut bauen. Fertig. 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 Geht nix. Geht nix. Geht nix. Geht nix. Geht nix. Geht nix. Du bist immer noch Level-Datari. racism Du musst auf Level 4 das ist das hier also wird hier doch der fein wäre soweit von mir das sieht schön aus vielleicht bestimmt das kann doch nicht ein bitte zu smach aufstüffung haben wir es geschafft jetzt dort jetzt erst mal neu anfordern 200 200 300 versteckt sich jeden weit für die hier kämpfen das hätte ich von mir aber nicht gedacht du bist doch einer der sucht den kampf jetzt jetzt haben wir die endlich besiegt noch nicht wir sind doch schon gut im weg dahin 1600 1700 wie schatzen die hier kann sich den kampf nicht so einfach anschauen aus besiegt die jawohl das war die bandite das land kriege ich nicht das ist ja gut da musst du jetzt da hingehen das land noch erobern und du wirst einfach zurückreiten armee zurückrufen dann schauen wir uns mal schnell die ganzen privaten die wir gekriegt haben alles siegel sieg 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 dann haben wir gemacht dann haben wir hier noch gegenstände öffnen eine fuhr die kann ich doch ausrichtend rausrichten das meinte ich einkleidend ich glaube du kriegst dieses 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 Punkte verteilen ja genau also führer oder die grenzwache nein es wird die grenzwache denn ich bin der führer wie viel vier stück habe ich noch ich glaube ah ich dachte es ist schon bei zwei gut nicht gegen 16 das ergibt sich kein Anakin den was macht mein kommandeur stärker unter fokus aber ich glaube Und jetzt bist du dran. Was nennen wir da? Weitläufer von Italien oder letzter Trusses? Was ist letzter Trusses? Äh, um kriegst du Zeit für den Abschluss? Tipps, minus 2%. Abschließend von Tipps als Kommand. Okay. Island. Einmal 22% sicher. Nächste Runde. Alle Fünfte sind Einheiten. Einheiten. Stärke 15. Ich glaub das ist gut für diese Aufträge. Machen wir erstmal so. Und danach die beiden. Guck mal. Aber wenn ich wieder da bin, ist bestimmt die Runde schon wieder diese Saison selten und ich. bin dann schon wieder tot und muss mir halt auch in einer Zimmer anfangen. Traurig. Saison. Ah. Geht los die Saison. Die Saison geht los. Das ist traurig. Sowas von traurig. Die Saison geht los. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Aber wir haben so schnell. Guck mal wie weit wir gekommen sind. So schnell haben wir es ausgebaut. Meine Güte. Okay. Kaserne. Jawohl. Jetzt kann ich die Felder ausbilden. Die hier nicht mehr. Ah ne. War die ganze Zeit so? Ne. Ja. Ja. Ich will hier doch schnell die Burg drinnen fertig machen. Ach. So. Betreten. Ach. Wir sind aber da. Mal behandeln. Und dann. Sag mal. Ey du. Kommst zurück nach Hause. Andere ist schon da. Ich bin für zwei. Normal gehe ich mal hier unten hin. Weil hier kriegen die Commodeur und sowas. Mehr EPs. Aber da bin ich jetzt heute nicht mehr hinkommen. Ich werde jetzt nur schnell die roten Punkte einsammeln. Die beim nächsten Mal sehen sollen die alle wechselt. Weil ich werden werde. will mir was audition Você w Tu du tow gut und was mal Hier? Eine kostenlos. Ich wollte den einen noch, was man sehen kann. Da? Ah. Jetzt hat er nichts. Bin ich gerade noch eine Mütze gekriegt? Hm. Was ist das? Alles einfordern? Okay. Das war's. Hier ist noch das mit Facebook und so. Aber ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich beendige das Spiel. Warte mal. Ich gehe noch mal betreten hier. Wir beenden noch mal hier. Schön was bauen. Kaserne 6. Hallo. Es ist gut. Regulierungspost. Getreide für drei. Ach Mensch. Die wollen mich doch hier heute ärgern. Da war's noch. Es sind nur ein paar Sekunden. Und dann mal kurz Vollbild rein. Komm schon. Schneller. Ich hab noch keine Zeit. Okay, das geht schon mal nicht. Das geht 15 Minuten. Kaserne muss auf 6. Letztribut. Letztribut ist gleich auf 3. Okay. Rekrutierungsplatz. Rekrutierungsplatz. Oh, das geht. Drei Minuten. Zwei Minuten. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Dann immer ist, dass das länger dauert, ne? Okay. Wo ist das? Dann wir den hier! Zack. Fünf Minuten. Oh, okay! Dann war's das für heute. Jetzt kann ich beenden. Und... Spielbeende. Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn auch nächstes Mal wieder sein, bis zum nächsten Mal, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss.